soo und dann müssen wir um ein bisschen runter, ich muss, ach dann baue ich eben hoch, ich baue hoch von hier aus zurück, bevor die halbwilden kommen, soo, sehr schön ich bin soo ich bin soo ich bin soo wasserrutsche wasserrutsche ist doch sehr wasserrutsche schauen wir auch mal ok eine etage tiefer so wir gucken dass ich die quer bauen kann die geht aber ziemlich weit weil die so lang ist ok dann gehe ich mit der eingangsweg ja Okay. 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 So. Mit dem gehe ich einfach da oben dran. aber das darfst du auch 17 was verstehe ich nicht unsere 17 ist das ich muss wahrscheinlich ein weiter nach links minigolf ist noch ein interessantes ding 2 euro 30 30 minuten umstellen auf 20 so wir sind da ist noch da ist noch platz da ist ja auch noch platz aber ist das wirklich noch unser elände ich meine platz haben wir ja schon noch genug ne ich würde mal hier ein bisschen bäume weg machen vor ich glaube auch mal so viele bäume braucht kein mensch freizeitpark auch nicht das probieren wir jetzt mal golf gucken ob wir damit zuschauer binden können vorsichtshalber mal so 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 Erstmal, erstmal Bäume weg. Vier Bäume waren es hinter noch. Habe ich noch Geld? Gut. Sehr extrem hier war. Ich habe aber kein Verlangen danach, mein Geld zum kompletten Absenken auszugeben. Vereinzelt? Natürlich. Ein bisschen, wenn man die Kuppen, die Bergkuppen begradigt, dann soll das ja recht sein, solange noch Geld übrig bleibt, um Attraktionen bauen zu können. Aha, jetzt kann ich auch mal... Doch noch soweit, guck. Ne, wir machen... Okay, 5 Euro. 5 Euro, hatte ich gesagt, ne. Ja, jetzt habe ich diesmal für beste Verpflegung, aber wenn ich da nicht am Anfang Vollspeed nur auf Stände und Verpflegung... Naja, jedenfalls, ihr wisst ja, was ich meine. Läden und Stände. Die ganze Entwicklungs-Power darauf gelenkt gehabt, dann wäre das nichts geworden. So, und es gibt Mini-Golf. Sonst haben wir ja immer noch keins. Boah ey, jetzt... Machst du mich aber bald? Mergerlich. Noch nicht. Wie soll ich den Mini-Golf selber bauen? Ich bin so ein bisschen bescheuert. Wie soll das gehen? Was willst du denn bauen, Mini-Golf? Ne, 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 ne. Was war? Der hat sich dann ausgegolft. Wie sieht's denn mit dem Platz überhaupt aus? Noch ein bisschen begradigen. Ich muss also auf maximal 14. Hier ist 14. Das ist 14. Das sollte also... Das sollte also eigentlich gerade sein, ne. Gerade. Das heißt nicht... Zwischendurch nicht übermäßig hoch. Wo ist der Fußweg? Hä? Was für ein Fußweg meint der denn da überhaupt? Oh, ein über 12. Gebt. Das bist weinig! 12 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 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 20 16 16 17 20 Ah. ja du scheiße ich bin es natürlich wieder nicht hallo ist ja nicht so ein scheiß ja 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 Scheiß! Gleich zweimal... reingehauen, Mann! So... weg... 12... und das ist noch 11 und... So, jetzt sollte man nicht mehr so extrem sein, der Unterschied, oder? Bin doch investiert, 8.000 oder so, 7.000, ne? Geliehen haben wir doch schon, haben wir schon was geliehen? Bisschen, ne? Aber... Ne Laien wollen wohl nix.